JFT, einfach fair und direkt. So, bevor wir das tun, wie gewohnt, natürlich trotz alledem, der Risikohinweis, lest euch diesen bitte durch, achte bitte grundsätzlich darauf, dass ihr natürlich mit Stops arbeitet, dass ihr die Positionsgröße entsprechend an euer Konto anpasst, dass ihr all das, was ich hier sage an Setups formuliere, gegebenenfalls vor Trade, definitiv nicht als Handelsempfehlung wertet, sondern lediglich als kleine Informationsquelle zusätzlich zu eurem eigenen Trading, zu euren eigenen Analysen und weitere Fragen zum Trading oder aber auch natürlich zum Broker JFT habt, dann wie gewohnt auf der Website von JFTbrokers.com, hier könnt ihr noch diverse Fragen zum Trading oder aber auch natürlich zum Broker beantwortet bekommen. So, dann switchen wir natürlich gleich rauf auf mit das Wichtigste für den Dezember, denn wir hatten ja, wir haben von JFD einen Weihnachtskalender, 24 Türchen, 24 Überraschungen, die dahinter stecken und ihr habt natürlich die Möglichkeit, euch entsprechend dafür anzumelden. Ihr habt den Link unterhalb des Videos, den packe ich da nochmal rein, beziehungsweise der ein oder andere wird ihn schon haben und entsprechend schaut gerne unterhalb des Videos. Da steht der Link, meldet euch an, seid mit dabei, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, da gibt es wirklich interessante Dinge zu erleben. Wir schauen auf den Webinar- und Eventkalender für den Montag, 11.12.2023. Wie gesagt, DAX Long in a Shot Livestream wird in diesem Sinne nicht stattfinden, dafür gibt es dieses Video. 39 wird der Christian Kemmerer mit dem Devisenradar natürlich trotz alledem um die Ecke kommen und die US-Opening-Welt. Aktuell steht sie noch drin im Kalender, aber wird als Livestream definitiv nicht stattfinden. Nicht viele Events, wir werden die Webinare erst am Dienstag wie gewohnt starten. Nichtsdestotrotz gibt es für den heutigen Handelstag zumindest ein paar kleinere Events, die man da vielleicht mal so ein bisschen anschauen könnte. Wobei ich jetzt für den Montag erstmal noch nicht von nennenswerten Bewegungen ausgehe. Wir haben ja nach wie vor die recht starken Indizes. Das kann sich natürlich, wie auch mit der Trading-Wochenanalyse besprochen, durchaus auch weiter fortsetzen. Aber ich gehe mal davon aus, dass gegebenenfalls der Montag noch der mit unvolatilste Tag der Handelswoche wird. Denn ab Dienstag starten ja wichtige Events durch. Da werden es die CPIs geben, dann entsprechend ja die Verbraucherpreise aus den USA. Wir werden dann am Mittwoch natürlich die Fett-Zinsentscheidung haben. Am Donnerstag die EZB-Zinsentscheidung. Am Freitag gibt es nochmal Wirtschaftskennzahlen. Also für den Montag jetzt vielleicht wirklich erstmal der unvolatilste Tag. Vielleicht noch so ein paar Nachwehen vom Freitag. Die Arbeitsmarktdaten kamen dort heraus. Die waren relativ gut und relativ stabil. Gerade die Arbeitslosigkeit ist ja dort wieder merklich nach unten gekommen. Also wirklich eine sehr, sehr stabile Wirtschaft nach wie vor. Das ist eigentlich das, was die Zentralbank nicht so sehen möchte. Wir hatten dann beobachtet, dass die Anleiherenditen auf Basis dieser Arbeitsmarktdaten ja ein Stück weit nach oben kamen. Entsprechend sich auch verhältnismäßig stark hielten. Am Ende allerdings auch die US-Märkte relativ stark dann auch aus dem Handel gingen. Auch der DAX ging am Ende relativ stark aus dem Handel. Und somit wäre es denkbar. Wobei man eben schauen muss, wie sich das Ganze ergibt. Wir haben auf der Oberseite jetzt im DAX logischerweise, da wir ständig neue Allzeithochs ausbauen. Erstmal schartechnisch nichts, wo wir da sagen, Mensch, da läuft der Markt hin. Und da könnte man dann entsprechend vielleicht auch mal auf Konsolidierung setzen. Man muss somit schauen, wie sich der Markt verhält. Und gegebenenfalls baut er vielleicht den ein oder anderen kleineren Bereich aus. Wo man zum einen dann eben mal schauen kann, okay, vielleicht macht es mal am Montag Sinn. Vorsichtig mal einen Daytrade auf der Shortseite zu setzen. Aber am interessantesten sollte es nach wie vor sein, wenn wir eventuell Rücksetzer bekommen, um das Ganze dann entsprechend vielleicht auch von der Käuferseite aus zu betrachten. Aber schaut gerne drauf. Wir werden auch am Montag logischerweise natürlich US-Anleiherrenditen haben. Das ist die Entwicklung vom Freitag, wenn wir uns das Ganze nochmal anschauen. Diese sehr, sehr starke Bewegung auf der Aufwärtsseite war auf Basis dieser Non-Farm-Payrolls inklusive der Average-Aurly-Earnings, also der durchschnittlichen Stundenlöhne und auch der Arbeitslosigkeit, die dort herauskam. Also die positive Entwicklung der Anleiherrenditen. Anleiherrenditen und dort gab es dann nicht nennenswert negative Tendenzen im Aktienmarkt, was eigentlich hätte der Fall sein müssen, auf Basis dessen, dass wir in den letzten Wochen und Monaten sehr, sehr stark die Abhängigkeit hatten. Also negative Korrelationen der Anleiherrenditen und des Aktienmarktes. Nichtsdestotrotz ist der Aktienmarkt ebenfalls mit nach oben gekommen. Jetzt nicht so richtig extrem extrem, aber er ist am Ende eben auf den Bewegungshochs rausgegangen und somit sollte man gerade, was vielleicht auch den Nachmittag betrifft, mal gucken, wie die sich verhalten. Denn der US-Aktienmarkt, allem speziell in der S&P 500, den wir uns immer anschauen, der ist zwar in den Regionen der Jahreshochs, aber eben noch ein Stück weit weg von den Allzeithochs und somit hatten wir ja dort auch in der vergangenen Handelswoche, auch wenn es nicht ganz so fruchtete, muss ich sagen, eben auch mal vorsichtig die ein oder andere Shorty, die aufgebaut, aber auch dort galt es eher Rücksetzer von der Käuferseite aus zu betrachten, da eben die große Tendenz nach wie vor aufwärts ist und somit ist auch erstmal zumindest gerade vielleicht auch für den Montag nicht zwingend Abbruch geben sollte, aber ab Dienstag kann es da losgehen, je nachdem wie die Verbraucherpreise rauskommen, aber das werden wir gleich im Dienstagsvideo besprechen, wo wir da dann nochmal auf diese Inflationsdaten draufgehen. Somit ist das das, was man beachten sollte für den Montag, vielleicht nochmal für die komplette Handelswoche. Ich nehme das Ganze jetzt am Sonntagabend auf, es ist jetzt seit der Tredding-Wochenanalyse schon zwar, ein paar Stunden sind vergangen, aber keine neuen Informationen irgendwo auf uns eingeprasselt und da hatten wir ja schon darüber gesprochen, dass man auch für die kommende Handelswoche neben den Anleiherenditen natürlich auch die Entwicklung hier nach links oder rechts der Erwartungen, wie sich die Zinsen entwickeln könnten im kommenden Jahr, dass man hier mal so drauf schauen sollte und entsprechend, wenn sich das Ganze nach links tendenziell weiterentwickelt, die Wahrscheinlichkeit zu eventueller Zinssenkung weiter eben nach vorne rückt, immer mehr nach vorne rückt, ist das natürlich unterm Strich nach wie vor auch etwas Positives für den Aktienmarkt und sollte das Ganze dann eben merklich nach rechts wandern, wäre es zumindest ein Punkt, wo man sagt, okay, jetzt kann man da vielleicht schon mal ein bisschen mehr auch auf der Short-Seite mal nach der einen oder anderen Chance suchen. Es wird früher oder später natürlich mal eine konsolidierende Bewegung geben. Die Woche kann im Gesamten dazu beitragen, dass das eventuell passiert, da wir sehr, sehr viele wichtige Events haben, aber der Montag, wie eben schon erwähnt, sollte hier erstmal der ruhigste Handelstag werden. Ich wünsche euch einen wunderbaren ersten Handelstag der Woche und ja, Good Trades und Megatrading, bis dahin euch nur das Beste, euer Markus Klebe, bye bye und ciao, tschüss!